Der Meuchler muss aufgehalten werden. Gollum, weißt du, wo er zu finden ist? Hier drüben. Auch da drüben ist er zu finden, ja. Also das macht Gollum halt, wenn er nicht irgendwie hier unter den Nebelbergen in seiner Höhle sitzt, ja. Ich habe seine geschwungene Klinge erkannt. Eine Morgul-Klinge. Ja, sticht, sticht, sticht alle Leibwächter des Räubkings ab. Wenn wir seine Ziele finden, die Uruk-Leibwächter, dann finden wir auch den Meuchler. Der erste ist ganz nah, hier lang. Okay, also offenbar jagen wir jetzt einen Assassinen, der uns Idril, naja, absticht. Okay, gut. Viel Spaß. Noch ein paar mehr Gollum. Ich warte nur kurz, bis die Ghoule halt eben so Rocksanglap gemacht haben. Na los. Das sind Ghouleier. Vorsicht, da ist ein Morgai-Fliegen-Nest. Was machen diese Orks? Du hast Angst, so wie der Hauptmann gibt's zu. Ich habe keine Angst. Dann tu es, stell dich unter das Nest. Gut, ich zeig dir, dass ich kein Feigling bin. So, siehst du, ich habe keine Angst, im Gegensatz zu unserem furchtlosen Hauptmann. Oh nein, Morgai-Fliegen. Helft mir. Zu diesem Leibwächter geht's hier lang. Zuvor sagtest du, du hättest die geschwungene Klinge des Meuchlers erkannt. Du siehst Kankras Visionen also doch. Ja, leuchtender Herr. Eine der Leibwächter war in der Nähe. Ganz sicher. Das ist nicht gut. Runter! Hm, hier. Diese Spinnen sind echt ultra-tödlich. Für Orks. Für mich sind sie unangenehm. Hm. Das sind jetzt geplatzt. Nur eine Morgul-Klinge verursacht solche Wunden. Wir sind auf der richtigen Spur. Er ist schon seit einiger Zeit tot. Wir müssen schneller sein, wenn wir den Meuchler schnappen wollen. Ja, wir wissen, wo noch ein Leibwächter ist. Während der Meuchler sich durch die Reihen mordet. Wird er stets größere Ziele ins Visier nehmen. Wie Kastamir. Ja. Kastamir ist der einzige, der weiß, wo der Palantir ist. Er muss um jeden Preis am Leben bleiben. Warum sagen sie dazu Meuchler? Das kann man doch einfach auch Attentäter oder Assassine nennen. Meuchler. Der Ork ist hier irgendwo. Ach, wir wissen noch nicht mehr, wo genau. Wir sind nah dran. Ihr findet ihn. Ich dachte, das ruft ein paar Karagorn herbei. Einen Grog, den hatte ich jetzt nicht unbedingt einkalkuliert. Mal sehen, ob wir den klein kriegen. Ah, guck mal hier, Spinnen gibt's auch noch. Prima. Ich glaube, dieser Teller wurde von Ostlingen gefertigt. Die Art des Materials und die Verzierungen sind mir und jedem, dem ich ihn zeigte, unbekannt. Ich weiß, dass die Ostlinge von jenseits des Meeres von Runen nie Freunde Gondors waren. Und ihre Streitwagen und großen Fuhrwerke sind wahrhaft furchteinflößend. Doch ich würde gern einem von ihnen abseits der Schlacht begegnen. So wild sie auch sein mögen, sie sind immer noch Menschen und keine Uruks oder andere Lakaien des dunklen Herrschers. So, jetzt bin ich alle. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Wunden von einer Morgul-Klinge, genau wie beim letzten. Dieser Mord ist nicht so lange her wie der andere. Wir kommen näher. Gollum wird wissen, wo unser nächstes Ziel ist. Noch ein Uruk. Er ist noch nicht lange tot. Wir sind nah dran. Näher und näher. Wir bringen euch dahin, wo der Nächste ist. Dumme Orkse sehen Kolumnie. Wir schleichen rum und hören ganz viele Dinge. Okay, jetzt ist Entkampfung ausweichlich. Das da drüben ist Ethel. Das ist keine Spinne. Vielleicht kann ich sie da nun einfach hinlocken. Das ging auch. Aber ich hau sie einfach platt. Halleluja. Cool. Warum ist mir den Ohrloch glatt? Zack. Okay. So, Freunde, jetzt zeig ich dir nochmal, wo der Hammer hängt. So, noch Fragen? Okay, der Assassino hat offenbar eine Schwäche für Morgay-Fliegen. Wir sind nah, aber es gibt zu viele Orkse hier. Bleib hier. Hm, mehrere Spuren. Ich finde ihn noch allein. Hm, klasse. Ach, schau mal hier. E-Teal. E-Teal. Da ist er. Okay, E-Lea. Übersetzt du das auch noch? Decken wir erstmal die Hauptmänner in den Außenposten auf. Puh, okay. Na, für später ist bestimmt sinnvoll. Aber jetzt müssen wir der Spur folgen, mein Schatz. Was ist denn das? Der lebt ja noch. Weiteres Opfer. Doch dieses lebt noch. Finden wir heraus, was er weiß. Unterwerf dich mir. Riechner, der Meuchler. Die Stärken und Schwächen eines Falles zu verstehen, gibt dir wichtige Informationen darüber, wie du ihn mit Kämpfen besiegen kannst. Drücke R zum Anzeigen der Eigenschaften des Meuchlers. Der Meuchler hat Angst vor Morgay-Fliegen. Wenn du diese Angst ausdrückst, werden alle seine Immunitäten temporär unwirksam. Verwende dieses Wissen gegen ihn. Drücke A, um ihn als Ziel zu markieren. Na gut. Wenn ich den Karagor halt auf den Hals hütze oder einen Grog, dann ist er sofort hin. Schöpfung, Hinrichtung, Feuer und Gift. Gut. Schauen wir mal. Der Meuchler ist nah. Oh, da drüben ist er ja. Zack. Hat der da Finger in der Maske hingen oder was soll das sein? Aber ich finde es ja schon ziemlich geil, dass sie diese ganzen Captains hier jetzt aus irgendwie so einem relativ großen Baukastensystem zusammenbauen, dass die immer irgendwie individuell aussehen. Also du erkennst natürlich den Stamm immer und die haben aber immer eigene Waffen und ähnliches Zeug und die Namen sind auch, also die haben sich jetzt bisher noch nicht wiederholt. Das ist schon ganz cool. Okidoki, Level 8. Das dürfte ja eigentlich kein so großes Problem sein. Also das Problem ist, wofür die Morgay fliegen, wenn ich welche brauche. Ach. Zack. 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 Die geben wir einen mit hier. Komm her. Und Rinder. Das war jetzt kein großes Problem. Ja, genau. Möge sein Tod das Schicksal von Minas Ithil ändern. Minas Ithil ist im Untergang geweiht. Wir brauchen den sehenden Stein. Wie viel deiner Seele verlorst du durch diesen Ring? Die dunkle Herrin wird sich freuen. Oh ja, mein Schatz. Das wird sie. Oh. Es gibt einen neuen Mantel. Cool. Okay, jetzt kann ich jemanden eine Todesdrohung senden, wenn ich einen Wurm verhöre. Dadurch erzeuge ich eine Mission und bekomme besseres Gier oder besseres Zeug, bessere Ausrüstung, wenn ich den dann wirklich umhaue. Idril und Kastamir sollten vorerst sicher sein. Doch die Belagerung von Minas Ithil währt an. Der Palantir droht weiterhin in Feindeshand zu fallen. Wir sind hinter feindlichen Linien. Dass es die Gelegenheit kam. So. Selten und epische Waffen sind hochwertige Ausrüstung. Gut, okay. Seltenes Zeug ist besser als nicht seltenes Zeug. Okay. Muss ich die eigentlich immer ausreden lassen? Ich weiß nicht. So, jetzt. Okay. Nehme ich jetzt hier in Stufe 4. Warte mal. Der ist schlechter vom Wert her. Aber wenn ich 5 in Angst einjage, verringert sich die Dauer von Verfluchungen um 67%. So, hör mal. Von mir aus. Der Meuchler hatte noch ein Ziel auf seiner Liste. Wir sollten es zu Ende bringen und den letzten Leibwächter des Häuptlings töten. Oh, da gibt es Ghule. Okay. So. Was wollte ich denn? Ich wollte doch... Genau, diese Automatik-Einsammeldinge will ich haben. So Eissturm. Das ist cool. Den will ich haben. Friere deine Feinde ein. Nur bitte. So, der hat irgendwie noch ein Auge. Nehme ich noch ein Auge nehmen. Uah. Ne, ey. Also halt so... Guck mal, was ist denn da? Der hat was für mich. Gib! Sag mal. Sag mal. Sag mal. Shit. Na klar, ey. Der Wurm hat einen Ohrlock dabei. Na gut. Die Doki. Aha, der steckt hier offenbar in irgendeiner komischen Fädenmission gerade drin. Schreckenstammmeuchler mit einer Ratte auf der Gabel. Ist ja auch cool. Hork, der Rattenfänger. Na gut. So. Watsch! Oh, okay. Geht offenbar nicht immer. Okay, das war offenbar zu spät. Zack, und rauf da. Das ist nämlich ganz witzig. Kann man reiten? Glock. Schade, dass gerade keine Raufs da sind. So, Olog müde. Olog schlafen. Okidoki. So, aber hier war doch gerade noch eine andere Mission. Wo war denn die? War doch die ganze Narnier? Das wird die gewesen sein, ne? Cool. Mann, oh Mann, ey. Hier gibt es aber noch eine ganze Menge zu tun. Hier ist alles voller Hauptmänner. Au, Backe. Ja, 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 ja. Da gibt es auch Punkte für, wenn man die kaputt haut. Ich glaube, ich gehe einfach erstmal dahin. Oder, ne, hier, guck mal. Die ist sonst nämlich gleich durch. Probieren wir das doch mal. Ah ja, da oben. Gut, gut. Da muss ich halt leider hinten durchnehmen. Du hast was für mich. Geil. Zick. Und weiter geht's. Ups, ich bin da offenbar halt irgendwie in einem... Nettes Kätzchen. Oh, nettes Kätzchen. So, Machtprobe Karagor. Und dann wollen wir nochmal dafür sorgen, dass diese Machtprobe fehlschlägt, oder? Natürlich kommt es soweit. Gut, macht schon. Scheiße, gibt es hier irgendwo was für sich? Scheiße, der ist auch noch pfeilsicher. Ah, oh. Oh shit, nette Katze. Wenn mir dein Tod bei der Machtprobe keine Beförderung bringt, wird's nie was. Ja. Ich muss aufpassen, der Karagor ist nämlich sowieso schon fast hin. Oh, nee, ey, warum muss der... Oh, 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 oh. Jetzt beißt die nochmal. Na los, friss ihn. Fresst ihn. Fresst ihn. Ihr sollt ihn aufessen. Oh, nee, jetzt ist dieser stumpfe Karagor in den Geysir reingesprungen, oder was? Oh. Einmal mit Profis. Nur, um mal zu wissen, wie es ist, ey. Na super, scheiße. Jetzt ist er ein Level höher, aber ich hab ihn trotzdem an der Backe. Na gut. Hepp. Jetzt friss ihn endlich. Glaube ich nicht. Ah, bist du ja gleich fertig. Pass auf. Ah, komm her. Haha. Hab ich noch auch reingeschubst, ey. Wee. Oh, geil. Breakdance kann er auch. Oh, was? Ach du, Schande. Oh, nee, der hatte seine Crew, ne? Das sind jetzt die hier. Schnauze. Schnauze.